Muss ich mir mal anschauen, muss ich mir nochmal anschauen. Ah, sehr gut. So, Glück. Können wir gebrauchen, was setzen wir dafür ein eigentlich? Fürs nächste Mal, Sonnenenergie oder Tinte? Ich tendiere ja zu einem weiteren Tintenpass. Na. Hallo. Einmal bitte hier wundersam alles erblühen lassen und keinen Wind. Wom geht das denn nicht? Na also. Hab ich den hinteren Baum auch erwischt? Nee, natürlich nicht. Ich hab stattdessen hier alle Blätter weggefegt. Boah, wieso kann ich denn hier kein... Was ist denn los mit mir? Ich mach nur Wind. Und nein, ich bin nicht betrunken. So. Hab ich hinterher irgendwas gesehen? Na, nicht wirklich. Hier, mach doch nochmal. Ich will hier, dass das blüht. Na, alter, geht doch. So, keinen Wind mehr machen. Aber es gibt jetzt kein Glück mehr, wenn ich nochmal zum Bühnen bringe. Egal. So, hier ist noch was. Ha, merkwürdige Folge heute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Erst dieser anstrengende Kampf. Dann krieg ich hier keine Kreise mehr gezeichnet. So, hier hinter diesen Stein war manchmal auch noch irgendwas. Aber dieses Mal nicht. Geutliche Quelle, bla bla bla. Ja, ja. Äh, wie viel? Uff, 100.000. Wie viel haben wir? 500.000. Ja, komm, wir machen mal. Wir haben hier... Wir haben... Wir haben viel Geld. Wir spenden was. Und, äh... Ähm, ich würde das ganz gerne von hier machen. Wir spenden aber noch mehr. So, wir spenden... Weitere 100.000. Jawohl, das werden wir tun. Was kriegen wir für 200.000 Yen? Gar nichts. Nicht schlecht. Wie wär's mit 250.000? Wie lange muss er mich mal gut sein? Ja. Ein ausgesprochen gieriger Brunnen. So, jetzt haben wir 300.000. So, da kommt, passiert was. Sehr gut. Hallo. Ach. Ah, mit der Ressourcen, alles gut in unserer Mutter. Bla bla bla, du kriegst jetzt noch bessere Kirschbombe. Jo, nur ein Herz, das so rein ist wie deine, kann Finsternis verstrengen. Das mag sein. Die Reinheit deines Herzens hat mich noch weiter gestärkt. Die zerstörerische Macht der drei Kirschbomben ist jetzt dein. Ich vertraue darauf, dass du sie mit Bedacht einsetzt. Nutze diese Kraft mit Bedacht. Ja, werde ich tun, weil kostet nämlich auch viel Tinte, also. Ja, jetzt können wir also drei machen. Ich hätte ehrlich gesagt lieber gehabt, dass die insgesamt ein wenig stärker sind. So. Ja. Überleg doch mal, wie viele mit... Ja, ja, ja. Ich kann eine ganze Menge mit drei machen. Probier's aus. Ja, alle guten Dinge sind drei. Das mag sein. Ich hätte lieber den Kraftstreich noch versch... Ja, Kirschbombe mit drei, dankeschön. Den Kraftstreich Nummer drei hätte ich auch sehr gerne gehabt. Apropos, sollen wir grad mal gucken hier? Würde mich grad mal interessieren. Äh, nee. Dann Ausrüstung, auch das nicht. 400. Ja, voll. Ach, wir sind hier schon voll. Na, das ist ja krass. Ja, dann, äh... Ne, natürlich den hier noch mit. 200. Ja, gut. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Na, haben wir kleinen Abstecher hier in so eine Wunschhülle gemacht. Hm. Verbesserter Kraftstreich wäre auch super. Jetzt habe ich so viel Geld, wollte ich nicht sowieso nochmal an die Ryoshima-Küste, aber da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Hm. Schade eigentlich. Da müssen wir irgendwie anders regeln. Na gut, dann müssen wir uns jetzt einfach mal auch langsam ein Ziel aussuchen, wo wir jetzt hingehen. Wir haben gesagt, wir haben ja mindestens zwei verschiedene, äh, Orte, wo wir hingehen können. So, das Ding kann man mittlerweile, oder? Ja, das können wir durchaus zerschneiden. Komm, hier ein Bär. Was fressen denn Bären? Bären fressen Fleisch. Dann fressen die Grünzeug. Bären, fress noch gerne Fisch. Ja, Balou, schmeckt's, ne? Ja, danke, Armin. Schmeckt voll gut. Ich esse wohl gerne Fisch. Ja, das wusste ich. So, das gehen wir auch noch mit. Und, äh, boah. Äh, muss ich jetzt hier im Eiswasser schnöen? Nö, jetzt kein Eiswasser. Das ist alles eingefroren. Da ist noch ein Bär. Guck mal da. Der, der Bär sucht Fische unterm Eis. Soll ich mir mal einen Fisch geben? Bei mir. Hier frisst Fisch. Hab ich gerade 13 Stück von. Äh, gilt das jetzt für beide Bären oder nur für einen von den beiden? Äh, ich glaube nur, die füttert man tatsächlich einzeln. Ne, tut man nicht. Ich kann ihn aufnehmen. Wie sieht denn das aus, wenn ich einen Bär aufnehme? Gar nicht. Er mag's nicht, wenn ich ihn in den Arsch beiße. Kann ich gut nachvollziehen. Äh, war eigentlich wohl nicht mein Ziel, Bären in den Hintern zu beißen. Ähm, was ist denn das schon? Ich bin wieder hier. Was ist das? Kann ich hier graben? Ja. Ja, irgendwie schon. X. Aha, was ist das? Was kann ich hier machen? Kann ich jetzt hier mal einen Kraftstreicher weitern? Äh, ja, kann ich. Ach, nö, nicht Blockkopf. Nicht Blockkopf. Bitte nicht. Ich hatte gehofft, dass ich den bei diesem... bei dieser Uni-Insel, oder wie die hieß, äh, dass ich ihn da das letzte Mal gesehen habe. Blockkopf ist scheiße. Blockkopf kann ich mir nie merken, was der mir sagt. Ich war auf... Ich konnte es kaum glauben, dass ich ihn ja auf der Uni-Insel tatsächlich beim ersten Mal besiegt habe. Wie viel hat er denn jetzt? Letztes Mal hat er mir fünf... fünf Punkte gezeigt. Und jetzt sind das wie viele? Komm, wir sammeln erstmal ein bisschen Glück ein. Glück können wir nämlich gebrauchen, wenn wir gegen Blockkopf getreten. Hallo, Blockkopf. Jo, hi. Äh, so, da. Nicht Shushu wieder. Jo. Oh, weiß der Dämon des Todes. Du hast bisher geschafft. Im Namen des Clans der Blockkopf werde ich Blockkopf-Grande, der Stärkste von unseren Clans, dich aufhalten. Blockkopf-Grande. Ich weiß von deinen tödlichen Fähigkeiten. Sie waren das Ende für meine Brüder und ich habe dich nicht unterstützt. Ich habe täglich trainiert, ob mich auf deinen An... auf seinen Ankunft vorzubereiten. Mein Kopf ist so hart wie Stahl, das ist schlecht. Stein wäre mir lieber. Ich fordere dich auf, irgendwelche Schwachpunkte zu finden. Komm schon. Schlag meinen Felser an, hast du nur kannst. Ich will jetzt ein Vergnügen sein, aber lass dich... eine Sache fragen. Wie kommt es, dass ihr Typ niemals in eine Offensive geht? Ich meine, wie hoffst du, so jemals gewinnen zu können? Hm, der kleine Blockkopf würde niemals auf so gut geholfenes Willen zurückgreifen. Steck die Prügel ein, dann zahle ich es zurück. Das ist die Philosophie meines Gans. Nun, die Zeit des Redens ist vorbei. Komm, schlag mich, wenn du dich traust. Das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Okay, komm, probier... So, naja, getroffen hast du mich auch nicht. Komm, einmal probieren wir es noch. Also... Und... Oh Gott, das war... Hier, 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 hier war einer, dann hier, hier, hier und glaub hier auch noch. Okay, pass auf, noch einmal. Ich weiß nicht so recht, also... Der ist schon ziemlich schwer. Ähm... Ding... Oh, nee, das war... Ich hab's... Also, keine Ahnung. Hier, 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 hier. Ich glaub hier war noch zwei, oder? Scheiße, das war eh schon viel zu schief und das. Naja, ganz so schlecht war's nicht, aber komm. Das lassen wir mal, ähm... Ich bin weg. Keine Lust, das ist mir gerade echt zu schwer. Wär ich off-screen machen, das dauert ja zu lange, also... Ich glaub ich jetzt so unweilig, dass ich hin... Obwohl ich natürlich sendergörig auf die Belohnung bin. Ich hab mir den Spielstand hier mal, äh... mal behalten und... Ich glaub ich werd hier wirklich mal zurückgehen, aber... Das kann... Nein! Uuuuh! So, das kann an welchem Dauernbild, bis ich da tatsächlich... äh... reinkomme. Kann ich hier eigentlich auftauen? Wär auch gemein, dann fallen die ganzen Bären ja da rein. Okay, dann mal von vorne. So, jetzt aber. Ähm... Was sagt ihr denn? Gehen wir rechts oder links rein, wenn wir jetzt hier... ...hier durchkommen? Also, hier weiter oder da weiter? Komm, wir gehen hier weiter. Ich bin dafür, dass wir hier weitergehen. Gucken, was passiert. Irgendwas muss passieren, irgendwas wird passieren, ich bin sicher. Was sagt der Wegweiser? Zum Dojo! Zum Dojo, auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben. Ah, oh, Kürze. Äh, ihr fresset ja Fleisch. Ich erinnere mich. Moment, da können wir uns gerade auch nochmal, wenn wir schon mal dabei sind, den können wir uns auch leisten. So, haben wir das schon mal gemacht. Und, äh, ist denn hier nur der Dojo? Hier gab's doch noch mehr, oder? Gab's doch nicht nur Dojo? Äh, da hinten ist noch irgendwas. Was ist das hier für ein mega weiträumiges Gebiet? Wo sind wir hier gelandet, ey? Das ist ja fast wie Okami 2. Ich dachte, ich hab jetzt zwei so fette Gegner erledigt und da denkt man, dass Okami so langsam mal so, äh, naja. Ist das denn nicht der Dunkel gewesen? So langsam mal vorbei ist, aber nein. Äh, ey, bin ich gerade im Kreis gelaufen, das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Bin ich? Bin ich, glaub ich. Nein, 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 nein. Wir behalten Tag. Oder, ist auch egal. Oh, nein. Oh Gott, was ist denn heute los? Es liegt einfach nur daran, dass der Kaffee bei mir noch alle ist. Ich will einen Kaffee haben. Der nicht vorhandene Kaffee ist schuld. So, was machen diese komischen fliegenden Köpfe denn hier? So, das heißt, du kriegst eine Bombe ab. Du kriegst eine Bombe ab. Weil ich ja gerade so viele davon produzieren kann. Hier lege ich noch mal hin, weil ich nicht weiß, ob da noch jemand ist. So, hier. Zack und Zack und überhaupt. Ach nee, jetzt hat er die Köpfe wieder ausgepackt. Boing. Ach so, das war ich, der Bombe gemacht hat. Ja, Drachenzähne habe ich auch kaum noch welche. Ne, ich meine, ich habe noch viele, aber ich habe irgendwie Schlange keine mehr bekommen, weil die meisten Gegner, die mir jetzt begegnen, bei denen vergesse ich einfach, wie das geht. So, jetzt bloß in die richtige Richtung laufen. Das müsste die richtige Richtung sein. Hier geht es zum Bojo, oder? Hier müsste ein Schild sein. Hä? Wo sind diese Füchse? Naja, hier können wir noch ein bisschen ausgraben. Was sind denn das hier für komische? Geätztes Glas, aha. Hm. Ist teuer. Was sind das denn hier? Fleischfressende Pflanzen, oder was? Aha, was habe ich denn hier überhaupt gefüttert? Hä, was habt ihr denn für Viecher? Kranischer. Ach so, die pennen auf einem Bein. Ach so, na, sagt mir das doch einer. Ja, gut. Ach, nö, jetzt sag mir nicht. Kokari, huch. Bist du das Hündchen? Erinnerst du dich an mich? Na klar, du bist der Typ. Genau, im Asamagata-Walt. Kokari, bist du das? Wie bist du denn hier so weit hergekommen? Ich wollte ein richtiger Mann werden, wie Susanoo. Äh, also habe ich die Angel meines Vaters genommen und bin zu einer epischen Reise aufgebrochen. Du weißt, ich mag den Fluss, aber das ist nichts im Vergleich zu diesem Weiten der See. Jetzt habe ich erkennen lassen, wie unbedeutend man dir. Wie unbedeutend man dir. Wow, du bist nicht mehr die Holzuse, die ich damals in der Gaterwald getroffen hatte. Und jetzt, da ich drüber nachdenke, siehst du auch erwachsen aus. Du hast aber immer noch eine Karnickel-Wütze auf. Na, egal. Ehe, findest du wirklich? Ich habe viel von Nippons wunderbarer Natur gesehen, aber die weite eisige See von Kamui ist viel rauer als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Wenn ich es mit der raunen Wildnis hier aufnehmen kann, dann werde ich vielleicht ein richtiger Mann sowieso sammeln. Aha, sorry. Da ist er wieder. In der Natur mit seiner Angelroute. Ja, jetzt verstehe ich, warum mein Vater diese Angel so verehrt hat. Wenn ich sie in meinen Händen halte, dann kann ich Mutter Natur selbst zu mir sprechen hören. Hey, Hündchen. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen fischen? Genau wie früher. Ich werde dir zeigen, was ich mit dabei alles kann. Nicht jetzt. Machen wir später. Es gibt mit Umrehen natürlich auch nochmal. Sian, wen wir hier haben. Ich konnte euch auch schon einen Kilometer weit riechen. Hume, bist du das wirklich? Wow. Sieh dich nur an. Aus dir ist ja richtig was geworden. Aber du bist immer noch so hässlich wie früher. Ich sehe, dass du stärker geworden bist. Aber Kukeri und ich sind auch stärker geworden. Wir sind an viele Orte gereist und haben viele Dinge gesehen. Aber ich schätze, du bist immer noch die Beste beim Fischen und Kämpfen. Hast du das gehört an? Er wirft immer noch mit diesem komischen Komplimenten an dich. Naja. Ist ja nett gemeint. Und ich nehme an, hier befindet sich der Dida Dojo. Und ich habe auch schon eine Perle. Sehr schön. Ja. Dum bum. Hallo Dojo. Hallo Dojo. Bis zum nächsten Mal.